Wie wichtig war es jetzt auch, dieses FEDCUP-Wochenende zu haben, nach dem sehr, sehr schwierigen FEDCUP-Wochenende im Februar, jetzt das Erlebnis dieses Wochenende zu haben und zu sagen, so ein richtiges Klasse-Erlebnis dabei? Ich glaube, das ist ganz wichtig für alle, für das ganze Team gewesen, dass wir dieses Wochenende erfolgreich beenden und in der Weltgruppe 1 bleiben. Ich glaube, wir haben die Qualität und gehören absolut in die Weltgruppe. Leider haben wir bisher nur 8 Teams in der Weltgruppe und was natürlich immer die Sache nicht so ganz einfach macht, weil es sich immer heißt, sie spielen gegen den Abstieg. Ja, im Davis Cup sind halt 16 Nationen, da hätten wir noch nie gegen den Abstieg gespielt. Das ist schwer zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist es persönlich ein sehr emotionales und wichtiges Wochenende gewesen. Ich glaube, für die anderen auch. Ich kann in dem Fall leider nur für mich sprechen, aber ich bin unglaublich froh und stolz Teil dieser Mannschaft zu sein und sehr wichtige Punkte heute beigetragen zu haben.